Was man bei einer Sitzung sagt. Von Ibn Umar wird berichtet, dass er sagte, es wurde gezählt, dass der Gesandte Allahs Friede und Segen seien auf ihm, in einer einzigen Sitzung hundertmal vor dem Aufstehen zu sagen pflegte, Rabbi gfirli watub alay, innaka enta tawwabul ghafur. Mein Herr, vergib mir, nimm meine Reue an, denn du bist der Reue Annehmende und Vergebene.